ein wunderschönen guten abend mein kaffee ist fertig also können wir sofort loslegen und zwar heute ein tutorial der tatsächlich auch bei der hexe von wattenscheid mir in den sinn gekommen ist eigentlich hätte ich das schon vor langer zeit machen müssen um euch halt die arbeit zu vereinfachen ich vergaß es einfach weil das für mich das natürlichste bei einigen projekten ist wie morgen aufwachen und kaffee trinken ich zeige euch wie man ein foto in photoshop zweimal öffnet ihr fragt euch warum weswegen wieso zeige ich euch sofort lasst uns mal die wunderschönen christina anschauen die bei diesem projekt mia modell stand und zwar wir gehen einmal auf im photoshop einmal auf fenster anordnen neues fenster via christina photoshooting aufmachen und jetzt gehen wir noch mal auf fenster anordnen zwei nebeneinander und einander habe ich ausgerucht nein ich hätte gerne die nebeneinander so und jetzt zeige ich euch wieso das gut ist wenn ich jetzt auf der linken seite irgendwas bearbeite nehmen wir ein stempel zeigt es uns auf der rechten seite auch was in dem bild passiert wenn wir gewisse sachen weg retuschieren wollen beispielsweise hier diese leiter auf der die christine christina stand können wir das halt machen haben wir aber trotzdem noch immer noch einmal kurzen überblick auf dem anderen bild wie das halt in dem bild dann wieder aussieht ja also wie gesagt da können wir immer noch kontrollieren wie das in fertigen bild aussieht dementsprechend wie gesagt deswegen habe ich auch das ganze bisschen verschoben um besser zu sehen und da wir jetzt momentan tatsächlich sehr oft für instagram oder irgendwelche social social channels retuschieren ist es auch relativ wichtig wie genau wir das machen müssen weil nicht alle projekte retuschiert man wirklich eins zu eins dementsprechend ist das eigentlich schon ausreichend wenn ich in dieser größten ordnung meine leiter nicht sehe das war ein schneller shorty ich hoffe ihr nutzt diese möglichkeit die euch der photoshop gibt und ich euch jetzt gezeigt habe dass ich mir vereinfacht das sehr oft das leben deswegen kann ich es euch nur empfehlen das war's für heute bis dann oh ja ja